Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal fünf Büheier hier wieder aufmachen. Und zwar aus der Serie Findet Dori. Eine Figur, wisst ihr ja schon, habe ich ja schon. Das ist die mit dem Hai. Und ich sammle die Vorderseiten von den Ü-Eiern. Bei 15 Stück gibt es eine Sprott, ja, Sprottasche nicht, ein Sportsack dazu oder Tonbeutel. So, und wir haben hier, ah ja, das hatte ich schon mal, das ist eine neue Spielzeugserie aus der Reihe Mixart. Und zwar sind das hier diese verschiedenen, ja, Malstifter. So funktionieren die. So sehen die aus. Packe ich jetzt nicht extra alles raus. Das wird hier so reingeklemmt und dann kann man das auf den Tisch, so hin und her und kann dann malen. Gut, wer es dann braucht, ich packe es mal hier hin. Wir packen mal das nächste aus. Das klappert schon ein bisschen mehr. Ja, das ist irgendwas zum Zusammenbauen. Das sind mehrere Tiger. Nee, gar nicht mal mehrere Tiger. Hat sich nur angehört als ob. Sind aber nicht mehrere Teile. Ist aus der Serie Sprinti und ist wahrscheinlich eine neue Serie. hier. So sehen die Flitzer aus. Meiner ist hier schon zusammengebaut. Sind also, ja, zwei verschiedene. Einmal so und einmal so. Warum der hier unten nicht fährt, weiß ich nicht. Aha, jetzt fährt er. Und so. So fährt er so. Gut. Ja, wer so ein Spielzeug braucht. Das ist wahrscheinlich auch wieder. Ja. Ein Spielzeug. Hört sich auf jeden Fall so an. Ich bin mal gespannt, wann die Viererpacks rauskommen. Dann werde ich mir natürlich logischerweise welche holen. Weil umso schneller kriege ich ja die Serie voll. Und das ist ja Sinn und Zweck. So, hier haben wir wieder was Neues von Mixout. Neue Figuren. Aber auch nicht irgendwie, ja, was atemberaubendes. Ohne Funktion. Toll. Okay, machen wir das vierte auf. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja jetzt Glück. So. Ja, hört sich schon mal nicht schlecht an. Und es ist, jawoll. Es ist die erste Figur dazu. Und es ist, es ist, es ist, es ist Nemo. Tädädädä. Dieser hier. Und das letzte Mal hatten wir ja den Hai. So. Könnt ihr euch das Video zu anhalten. Könnt ihr euch die Geschichte durchlesen. Und ja. Da ist rein. Der wackelt sogar hin und her. Könnt ihr das sehen? Zack, 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 zack. Ich find's herrlich. Ich find's richtig herrlich. Nemo ist, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, ein Animonen-Fisch. So. Und wir machen jetzt das fünfte und letzte auf. Aha. Das hört sich noch nichts an. Und das ist Täteretel. Ja, ein Beyblade wieder. Und zwar von GoMove. Wahrscheinlich auch eine neue Serie. Hier. Hehehe. Geil. fällt mir jetzt erst auf. Das ist ein Fehl. Und zwar T3T. Habe ich nur dieses Teil und jenes. Moment. Was hier so reinkommt. Aber der Bay Plate, der da eigentlich dazugehört, ist nicht mit drin. Ist ja hart. Hammerhart. Ne, Quatsch. Was erzähle ich denn? Hier ist er. Aber trotzdem, irgendwie passt der nicht. Ich versuche es mal. Na bitte. Geht doch. Ne, das Ding war ganz einfach abgehauen. Das lag nun mal hinter der Kamera. Also so sieht das Teil aus. So sieht dieses Teil aus. Ja. Passt nicht ganz richtig. Weil das ist wahrscheinlich hier für so ein Viereck. Das letzte Mal hatte ich so ein viereckiges Teil. Das passt da genau rein. Aber gut. Egal. Alles klar. Also auch hier wieder eine Figur. Gut. Das soll es jetzt gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Könnt auch ein Abo da lassen. Und ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.